Schönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Robert Strobl. Ich darf mich bei Ihnen persönlich vorstellen. Ich bin 38 Jahre jung, bin Vizebürgermeister der Marktgemeinde Deutschkreuz, der Liste LPL Burgenland, Ortsgruppe Deutschkreuz, bin seit 1999 im Gemeinderat, habe es mir zum Ziel gesetzt, in der Politik für die Bevölkerung für Deutschkreuz etwas zu bewegen und drüber hinaus, wenn man Deutschkreuz betrachten will, so hat Deutschkreuz vieles weitergebracht. Wir können mit Stolz die letzten neun Jahre in eine sehr positive Bilanz ziehen, nämlich, dass wir in sehr vielen Bereichen sehr aktiv geworden sind. Ich darf hier in meiner Funktion als Umweltobmann darauf hinweisen, dass wir einen Windpark errichten konnten, der heute mit acht Windrädern den gesamten Bezirk Oberbullendorf mit Windstrom versorgen kann. Sehr stolz sind wir auch darauf, dass es uns gelungen ist, auch im Bereich der Förderungen im Photovoltaik, im Solarbereich vieles für die Bevölkerung zu erledigen. Es bedarf nicht immer einer großen Partei, so wie SPÖ und ÖVP, diese Alteingesessenen, sondern wir haben es bereits bewiesen und wir werden es wieder beweisen in nächster Zeit, dass mit der Bevölkerung viel, viel mehr Kraft steckt als in politischen Ideologien, die veraltet sind. Für uns im Deutschkreuz ist eines ganz wesentlich, nämlich auch das Sozialbereich. Im Sozialbereich ist Deutschkreuz federführend eine Vorreiterrolle eingenommen. Wir haben begonnen vor Jahren mit dem betreubaren Wohnen, das im Übrigen heute im Burgenland überall Gefallen gefunden hat. Wir haben ein ganz tolles Projekt, nämlich das Haus Lisa mit Verbindung der Caritas Burgenland, ein ganz tolles Sozialzentrum errichten können in Girm, wo wir sehr stolz darauf sind, nämlich für die ältere Generation hier etwas geschaffen zu haben. Nichtsdestotrotz haben wir schon den nächsten Schritt vorgeplant, nämlich die Bungalows 50 Plus. Unser Ziel ist es, dass auch die ältere Generation barrierefrei Möglichkeit hat, Wohnungen, Häuser zu erwerben. Und ich kann mit Stolz auch sagen, dass wir ohne großartige Pläne noch schon 15 Häuser verkauft und reserviert haben. Das zeigt uns, dass wir in Deutschkreuz am richtigen Weg sind. Sehr erfreulich ist uns hier auch die Entwicklung im Wirtschaftsbereich. Wir haben einen Wirtschaftspark errichten können, ein Betriebsansiedlungsgebiet, das in früheren Zeiten von rot und schwarzen, alterngesessenen Parteien nicht zustande gebracht wurde. Wir haben es geschafft, dass wir seither viele Firmen, ortsansässige Firmen, es ermöglicht haben, hier günstige Baugründe zu erwerben. Sie haben es geschafft, die Betriebe sesshaft zu machen. Wir haben es geschafft, die Arbeitsplätze auszubauen, auch die bestehenden zu sichern. Und auf das sind wir besonders stolz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.